Ah da er geht Oh glückerhaft alter Schwede Das war bisschen behindert So mach das Da ist er So ich hab den Inji weg gemacht von dem Lightning Ich bin auch noch Inji wenn jemand einen Inji braucht Ja ich komm grad vor mit nem Max Ja hier ist leer Also brauchst keine Max mehr Ich kann einen Harry ziehen wenn ihr wollt Genau da vorne ist jetzt schlagartig leer Und die 10 Brawler haben sie in Luft aufgelöst Da ist ja nix mehr Ok ich seh schon drei Stück Ich seh nur ein Infanterist 4 Brawler 5 Brawler Wo denn Na direkt Richtung dein Wegpunkt Ja das ist was anderes Die sind ja nicht direkt da Wir haben jetzt schon wieder ne Stunde gespielt Ich hab noch nicht mal ne halbe Also müssen wir deine Stunde jetzt auch noch voll machen oder was Ja Achso Gott Sind ganz schön viele Brawler hier Jupp Die schießen auf mich Markus Das mag ich nicht Du magst alles nix Du bist ne Memma Ja vor allem keine Panzer die auf mich schießen Das Ding nervt mich da vorne drauf Boah ich hab nur die Kartätsche drauf Ja Foto genau vor Direkt auf den Brawler zum Mitteln an Kartätsche Und da bum 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 Ah schade Kommt du mir her dann kann ich's rappen Dann wird's Punkte für mich Du zack ich mir selbst Du zack ich mir selbst Das ist schön dass ich mit dem Kartätschen Harry rumfahre Wie zum help wo ist mein Imchi Äh ich hab grad den Ah ist doch nix nur ein Kratzer Ja ich komme Doch nix Pisst dich gut Ich bring dich um Guck Truppführung ich krieg Punkte weil ich Truppführer bin Alles so ich bin ein guter Truppführer Wir werden von hinten angegriffen Weil Markus und ich alles wirklich getötet Kümmer dich mal um die dahinten Ja ich bin dabei Daft er eh nicht Überfahren Roadkill Er hat's echt geschafft Achtung da kommt ein Vorlauf Dreckt auf uns zu Er magt uns zu mit Ich muss mich erst mal zu ihrem Leben retten Ja 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 aber du musst dein zweiter Dude Weil es bringt dir auch nichts Ne es bringt dir nichts der du triffst das stimmt Ich hab's abgelenkt Oh da kommt vier Es sind drei Viel Spaß Hier Moni Den oder Schleipanzermine Seht die da oben Oh warte Wieviel habe ich dann kann ich eine Max sehen Nein Ich kann gar nichts sehen Das ist ein feindlicher Spion Sie zerrupfen uns hier grad Sie zerrupfen uns hier grad alles ne Sie zerrupfen uns hier grad alles ne Bringt dir aber nichts unter oben ist ein Problem Du bist von hinten abgeschossen vom Problem Ja ja Wollen wir nur sagen Ah da ok Oh glückerhaft alter Schwede Das war bisschen behindert Lebt ihr noch? Ne ich nicht Sven du lebst noch? Ja Gut ich komme Ich bin leichte Ich lebe den A Punkt ab alter Ja als leichte bringst du mir viel Ab und zu bin ich auch Teamplayer Und ich habe unser Rücken mal gedeckt Und hier kann noch ein bisschen Feuerwerk machen Da fanden zwei Lightning Senden Brauchst du noch Moni? Hinten liegt Moni Kannst du mir auch hier eine hinwerfen Hinten liegt eine Ne du rennst jetzt grad weg jetzt wo ich es geschmissen habe Ja und du schmeißt halt noch mal eine hin Ich hab ne Bossi runter geholt Weißt du dumme das denn Oh ja komm Leibnick Oh hat sie gar nicht Ah die Bossi habe ich schon zerlegt grad Truppführung jawohl Ihr macht schön Punkte und ich krieg auch dafür Anführungspunkte Ja weil wir einfach Boss sind Schon mal daran gedacht Dafür gibt es jetzt Feuerwerk Genau Alles was du kannst Ja das war alles was du kannst Äh was erwartest du Da hinten ist ein Porn aber ganz gut Die Bossi freut sich bestimmt wenn du hier Feuerwerk machst Ja weil sie wenigstens wo sie hin muss Ja sie kommt Gibt es da eigentlich auch Achievements dafür wenn man jemand mit der Feuerwerkspistole killt Bestimmt Soll ich jetzt ein Harry holen Oh da drüben ist ein Brawler Dass wir hier weg kommen Kannst du probieren ja aber ich glaub der platzt Oh da vorne ist ein 2 Brawler Jupp Ja aber ich renne nicht wie du mitten auf der Straße rum weil die machen so großen Kann mir das erlauben Ja Treff die scheiß Mossi nicht solange die kein Landeanflug macht treff ich die nicht Da ist ein Brawler Na ne bei uns Motten Lightning Kannst du abballern Wo? Wo ich stehe Du stehst Ja auf der Gelände halt Ok ich komm hier Ok ich komm hier Ah ja ich seh's ja Die sehen dich auch Mhm Ich brauch nur noch 150 Kiss dann hab ich die Blitz auf Uraxia Oh auch schon Wie wäre ich 150 Headshots Pfff 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 Ah kill Das ist ein Trailer Den rücken zuhören Oh schwach schnell der Hitz Das tut weh Das tut weh Oh von links Muss ihm Oder so Nein links 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 Ah das sind Leit links Genau da guckt da wo das Feuerwerk ist Pfff Das irritiert die bestimmt mich direkt vor dem Feuerwerk mache Die denken sich glaube ich nur was das für ein Idiot Pfff Das irritiert das macht voll hell Meinst du es blendet wenn dann Ja eben Guck die schießen schon nicht mehr auf uns Yes ich hab Harry weg Ja ich mach doch Schmiß Oh 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 dann geh ich sicher Ja hier Da ist grade die Mosse aufm Hassanflug gewesen Pff Ja du kannst ja auch gerne raus fahren, zu dem Brawler der da schon auf dich wartet am Ausgang von der Base, der freut sich bestimmt über Besuch. Natürlich, aber ich hole jetzt einen mit Halbert drauf. Was dann? Ich habe eine Rakete direkt vor, dich geschaffst und dich mitgegrafen. Oder hast du auch ein Schild? War nicht gemeldet. Aua. Lightning? Ich hole mal ein Lightning, ist besser. Ich mache nicht größeren Damage. Ich glaube ich hau mal das nächste Mal eine panzerbrechende Waffe für den Lightning. Manchmal glaube ich die NKler sind richtige Intelligenzbolzen. Also direkt vorm... Da war noch einer. Willst du bei Medic machen und schnell herkommen, Futter? Futter, dann fahr mit deinem Lightning hinterher und hol den Sanitäter. Ja, ich muss drehen. Okay, ich glaube es dauert zu lange. Das langt nicht, das langt nicht. Egal wie ich es mache. Aber ich glaube du musst jetzt genug Punkte haben, dass wieder einen spawnen kannst. Ja, locker, ich bin fast wieder voll. Ich war drehen. Ja, dann habe ich jede. Ja, wir brauchen dich hier, hier kommt gleich. Aber so viel habe ich halt echt nicht getötet. Ich habe zwar auf Dauerfeuer geschossen, aber die haben halt so gute Deckung. Ja, die kommen gerade von der Straße. Ja, ich habe übeler Damage gerade eingesteckt. Ja, dann Futter, du musst die zu uns locken, am besten. Und dann zerlegen wir die. Äh, da ist eine Mossi, die dich zerlegen will. Ja, ich habe sie schon gesehen. Von hinten, ich kriege jetzt überall Damage rein. Ich schieße gerade auf die Mossi. Ja, bin geplatzt. Die Mossi ist weg. Oh, da sind zwei Mossis. BAM! Panser. Hast du wieder einen zerlegt? Ja. Vielleicht soll ich auf Anti-Air gehen. Ah, nee, da kommen viele Tanks. Ja, da kommen ganz viele Penzerchen. Oh ja, warte. Der freut sich gerade schon über Raketengeschenke. Oh, da ist ein Proller. Achtung, pass auf. Links. Von dir. Bin denn irgendeinem zu der Mulde? Achtung, da kommt er. Vor dir. Ja, ich sehe den. Aber theoretisch soll ich... Yes, Lighting Garden. Jetzt muss ich hier weg. Ich auch. Ich verleg mich mal. Das kommt zwei Proller einfach mal. Oh, das sind sie. Ich sehe sie.